Sie 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 Seppi hält sie auch auf Drach. Atemlos, nicht schwillend frei, hält sie sich ganz Seppi ein. Das ist unser Kleinrecht mit dem schwarzen Haar, denn Frische mag das da einfach wunderbar. Nun Sepp ist unser Trennig, irgendwie unstörtlich, er nimmt ihre Hand und geht mit ihr. Wenn sie dann nur Zeit hat, geht sie nur schnell zum Laffer, weil Kondition, die Koma, sie heut nicht kaffer. Oh, oh, Radl fahren, da gibt die Sandra ganzjährig Gas, jeglicher Sport macht ihr einen Riesenspaß. Oh, oh, lass sie nicht leicht unterkriegen, die Oma bringt sie ja nur hin. Die Kitzel hat's meist im Griff, nicht immer easy ist. Atemlos, aufm Radl, daher hat sie strammen Waden. Atemlos, einfach frei, ja, sonst fort, da wird sie heil. Das ist unsere Sandra mit dem schwarzen Haar, denn Frische mag das da einfach wunderbar. Nun Sepp ist unser Trennig, irgendwie unstörtlich, er nimmt ihre Hand und geht mit ihr. Atemlos. 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 Atemlos.